Okay. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ja? Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Warmer Kerl. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Glaubst du denn, das ist alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuwagyaku, okay? Ja, hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Da ist sie doch. Die Stadt. Weißt du, wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warn mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich's verstehen. Es ist keine Rache. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Natürlich ist das kein Weg, aber für Lara gibt es immer einen Weg. Oh, 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 oh. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich. Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay. Bin okay. Ein Bär von einem Mann. Hat aber mehr Schiss als Lara. Gold. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Hey, warte mal. Was ist das? Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Das hier zeigt den Inka-Gott Khan. Er war der Sohn des Sonnengottes Inti und der Mondgöttin Pachamama. Khan kontrollierte Wind und Regen, obwohl er einigen Legenden zufolge nur für das von Süden kommende Wetter verantwortlich war. Während von Norden kommendes Wetter in die Zuständigkeit seines Bruders Pachacamac fiel. Aha. Interessant. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Okay. Wie aktivieren wir die Brücke? Erstmal suchen wir alles wieder. Ah, wieder was gefunden. Der Kanopa dient als Gefäß für Opfergaben wie Kakao und Talg. Der gefüllte Kanopa wird zu Beginn der Erntezeit als Geschenk an Pachamama, die Muttergöttin, auf das Feld eines Bauern geworfen. Wird das Geschenk angenommen, erwarten den Bauern angeblich eine reichhaltige Ernte und ein erfolgreiches Zuchtjahr. Aha. Wusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Okay. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Schieben wir das mal vor. Nichts. Okay. Lassen wir's los. Langsam. Okay. Sonst geht's noch kaputt, ja. Okay. Irgendwie muss ich erstmal checken, was ich hier machen muss. Was ist das denn? Eine Art Mühle oder sowas, ha? Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Ah. Okay, jetzt aber. Das ist einfach ein Aquädukt. Vorwärts. Jawoll. Das Wasser füllt den Eimer. Gut. Mal sehen, was die Gegengewichte machen. Okay. Ach, der Eimer leckt. Komm zurück. Wir versuchen's nochmal. Der Eimer leckt? Okay. Lass mich nochmal beobachten. Was passiert, wenn der Eimer hochgeht? Ich muss es gleich loslassen. Ja, ja, ja. Schnell. Ich kann es kaum noch halten. Ich muss trotzdem blicken, um was es geht hier. Ja. Das bringt nichts. Und was ist das? Hm. Ah, warte mal. Ich hab ne Idee. Oh, komm. So, und jetzt aber schnell. Komm, komm. Komm. Lass es los. Ah. Ah. Ich dachte, sie macht es jetzt da ran. Äh. Okay. Ist doch nicht so einfach, als ich dachte. Hm. 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 Keine Ahnung. Muss ich kurz ein bisschen überlegen. Nicht so einfach. Keinen Fall. Wenn das Ding runtergeht, hab ich gedacht, ich kann da drauf schließen und dann zieht es das wieder hoch. Aber es funktioniert nicht. Aber es muss funktionieren. So ein bisschen, oder? Geht auch nicht. Es geht vielleicht so ein bisschen. Es ist jetzt ganz da unten. Es geht nicht. Ah. Mist. Geht nicht. Komm ich vielleicht irgendwie da runter? Ja, komm ich. Ah. Okay, jetzt ist alles klar. Jetzt ist alles klar. Ja. Oh, noch ein Fähigkeitspunkt. Okay. Versuchen wir es noch mal, Jonah. Einmal hoch. Hm. Gut. Und ich schnell runter. Hopp. Genau. Zack. Und zack. Okay, Jonah. Kannst loslassen. Sehr schön. Gehen wir rüber. So funktioniert das. Ah. Ah. Nein. Oh Gott. So gut. Kann ich das herziehen? Also wenn Jonah darüber springen kann, dann kannst du das auch. Und los. Also geht doch. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Hm. Was ist das? Das ist eine Art von Stehle, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Wow. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. War doch kein Leopard, war ein Jaguar. Hm. Ah, okay. F4 mache ich dieses Zeug. Ah, und dann sehe ich alles. Wahrnehmung. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Stimmt, ein Leopard ist ja dieser, nee, das ist ein Gepard. Ich hab gedacht, das wär ein Leopard. Na ja, gut. Dann war's halt doch ein Jaguar. Die Ruinen sind anders als die in Mexiko. Interessant, so sehe ich einfach alles. Alles, was ich mitnehmen kann. Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder... Keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Beim Pistolengriff. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Absolut. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Okay. Wir haben... Den haben wir auch. Aber wir können jetzt mal gucken, ob wir den Bogen ein bisschen verbessern. So. Was können wir denn machen? Das hier können wir jetzt mal. Die Feuerrate und... Die Zielgeschwindigkeit. Die würde ich schon verbessern. Ja. Das verbessere ich jetzt mal. So. Jetzt haben wir die Zielgeschwindigkeit verbessert. Das ist doch mal was. Gut. Dann... Noch ein Upgrade-Punkt. Durch die Einnahme der Pflanzen. Wie viele Punkte kostet das? Ach so, das habe ich schon bekommen. Das brauche ich nicht. Ah, okay. Ich würde auch mal hier das mit den Herzen machen. Das ist ganz nützlich. Und dann... Täuschung des Pumas. Setzen Sie umgepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn Sie ausweichen und dann kontern. Okay. Ich schieße zwei Pfeile gleichzeitig. Oh. Auch nicht schlecht. Habe ich zu wenig Punkte. Ich würde noch ein bisschen Punkte sparen. Ich weiß nicht. Es gibt viele Sachen, die ich noch nicht freischalten kann. Was ist das? Erhöht die Chance beim Plündern von Feinden und Tieren. Ah, okay. Kann ich auch nicht. Kostet alles zwei. Na gut. Ich würde erst mal sparen. So schnell wie möglich war der weg. Ein Herausforderungsgrab. Hm. Könnte die mich der Herausforderung stellen? Hm. Warum nicht? Ich glaube, da kommen wir raus. Da kommen wir raus. Tatsächlich. Dann warte noch. Ich schaue mich noch ganz kurz um und dann können wir los. Was war das, Gott? Ah. Ah. Hier ist auch so ein... Ich habe was gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Okay. Wenn ich schon hier bin, dann schauen wir uns doch mal um. Sag mal. Sind denn die Leute hier reingekommen? Dann mussten die auch hier durchkriechen, oder was? Okay. Das ist alles nur zugewachsen, deswegen. Unbekanntes Grab. Dann schauen wir uns doch mal um. Okay. Alles klar. Und schauen wir uns mal um. Und achten mal wieder auf Fallen, wie immer. Hier sind zum Beispiel welche schon ausgelöst. Aufgespießt. Opfergaben wahrscheinlich. Sollen Eindringle davon abhalten, hier rein zu spazieren. Oh. Aha. Es muss wohl irgendwie da hochkommen. Äh. So nicht. Da. Hopp. Gut. Und rüber. Und... Ach Gott. Sehr schön. Nein. Nein. Oh. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Näh. Okay. Nochmal. Zack. Zack. Und zack. So. So. Weiter rüber. Jetzt passiert nichts. Gut. Eine Falle. Langsam. Und auslösen. Und auslösen. Okay. Was ist das? Geheimnisse entdeckt. Ah. Guck. Schau an. Forscher Tasche. Haben wir schon alles gefunden. Okay. Nein. Mist. Die Brücke ist auch wieder zerstört. Alles klar. Ab. Ab. Und. Ah. Ah. Gott. Oh Gott. Nein. Muss mich wohl abseilen. Okay. Und. Schwingen. Heinz. Und sprung. Interessant. Was ist das denn? Kann man das abschießen? Passiert nichts. Pfeile. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert.